Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Lost Odyssey. So, ich dachte, solange wir noch in Goza sind, werde ich mal noch hier mit diesem Herrn hier sprechen. Vielleicht hat sich hier was getan und ähm... Ah, du schon wieder. Dank deiner Investition konnte ich etwas gewinnen. Allerdings hat es nicht gereicht, um die Kosten zu decken. Aber damit kann ich dir ein neues Angebot machen. Wie wer? Was? Mit einer weiteren Investition? Es wird sich lohnen. Ich spüre es. Ja. Diesem Mann mehr, Goldlein. Ha, ja. Und wenn ich damals diesen Hinweis nicht bekommen hätte, dass die Belohnung gut sein soll, dann hätte ich ihm, also ich hätte ihm dann erstens mal gar kein Gold geliehen. Aber wenn ich es dann doch getan hätte, dann hätte ich, glaube ich, auch nach einer Zeit gesagt, okay, komm, vergiss es, ich will mein Gold zurück. Okay, gut. Ähm, oh, jetzt hätte ich das auch fast ausgewählt. Ähm, nein, wir wollen ihn weiterhin unterstützen und investieren und wir geben ihm erneut 1.000 Gold. Oh, danke. Ich werde dir ein Vermögen einbringen. WhatsApp und einen weiteren Schuldschein haben wir bekommen. So, und wie jedes Mal, wenn wir einen Schuldschein bekommen, möchte ich hier jetzt auch nochmal überprüfen, wie viele Schuldscheine wir jetzt inzwischen haben. Acht. Das wären dann 8.000 Gold. Okay. Gut. Alles klar. Wir sehen uns dann eventuell später wieder. So, ich werde jetzt, ich habe keine Ahnung, was ich jetzt tun werde, das ist eigentlich eine gute Frage. Ich glaube aber, dass ich jetzt, ähm, mit der weißen Boa, ähm, weiter unterwegs sein werde. Vielleicht werden wir hier und da noch ein Eis durchbrechen. Denn ich habe richtig Lust, einen neuen Ort zu betreten in dieser Folge. Und, ähm, ich werde euch einfach wieder mit hinzufügen, bis wir dann an einem neuen Ort sind. So, dann möchte ich mal als nächstes hier durch. Denn ich habe ja jetzt auch die Kommentare inzwischen gelesen. Und, ähm, ich weiß, dass ich hier mit der, also ich hatte schon vermutet, dass ich hier mit der weißen Boa rüber kann. Bin aber damals hier rüber geflogen. Und ich finde diese Funktion so echt cool. Ey, wie cool das einfach aussieht. Echt mega. Okay, jetzt frage ich mich nur. Achso, ja, weil da dieser Ort ist. Und diesen Ort kann ich nur mit der weißen Boa erreichen, oder? War das nicht so? So wird es sein. Oh mein Gott, was passiert hier? Ach, okay, das ist nichts, alles klar. Ich habe mich, ähm, wegen nichts erschrocken. Ja, sehr schön. Noch gar nicht so lange her, da ist mir das tatsächlich in meiner Wohnung passiert. Da habe ich mich von meiner Jacke erschrocken, weil das aus dem Blickwinkel so aussah. Als hätte da jemand gestanden. Ähm. Nee. Ich glaube nicht. Okay, wir müssen mal den Rückwärtsgang einsetzen. Ich finde das immer noch so toll, dass die weiße Boa rückwärts fahren kann. Okay, ich, ähm, werd mal. Ja, was habe ich gemacht? Ja, das ist richtig. Genau das wollte ich. Genau das wollte ich. So. Dann wollen wir mal. Hoch in die Luft. Ähm, warum funktioniert das nicht? Weil ich die falsche Taste drücke. Sehr schön. Super. Jawohl. So. Stopp, 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 stopp. Langsam. Hier möchte ich hin. Hier. Hier möchte ich hin. Warum kann ich nicht landen? Ich komme da aber auch mit der weißen Boa nicht hin. Vielleicht kann ich da jetzt noch nicht hin. Oh mein Gott. Bleib doch mal irgendwie stehen. Musst du immer fliegen? Kannst du nicht mal einfach so stehen bleiben? Geht das nicht? Nein, das geht nicht. Okay, alles klar. Gut. Wasserlandung, ja. Ich finde das so unheimlich cool. Ich finde, ich liebe diese Funktion. Finde ich echt richtig cool. Okay, dann verladen. Und, ähm, gut. Dann suche ich mir einfach einen anderen Ort aus und werde euch dann gleich einfach nochmal hinzufügen. Okay. Okay, dann haben wir hier unseren neuen Ort. Bin gespannt. Ähm. Ja. Warum kann ich nicht hier ganz rein? Ich hänge fest. Oder auch nicht. Ich möchte hier rein. Ich kann doch hier irgendwie hin. Ich kann nicht hier hin. Super, ich hänge fest. Lässt man mich raus? Hallo? Ich fahre rückwärts. Okay. Ich probiere das jetzt noch einmal. Okay. Okay. Und was, wenn ich jetzt B drücke? Okay. Ähm. Alles klar. Und was, wenn ich tauche? Oh. Ähm. Stopp. Ah ja. Alles klar. Gut. Stopp. Die Kamera nervt. Oh oh. Was habe ich gemacht? Oh nein. Nein, 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 nein. Vergessene Höhle. Ist das. Was ist los, Mama? Hier bin ich. Anira begegnet. Jetzt kommt alles zurück. Wir haben diese Höhle als Versteck benutzt. Oh. Nostalgi. Mit bei Nira? Als Versteck? Ihr habt in diesem Drecksloch gelebt? Bäh. Hey, sei still. Hast du ein Problem mit dem Käpt'n? Ah. Oh, hör schon auf. Seth. Denkst du deinem Lehrling mal benimmbei? Haha, wohl kaum. Wie auch immer. Gehen wir rein, Käpt'n. Du sprichst von der Nira vom Weißfeder-Clan, nicht? Ich will unbedingt sehen, wo ihr euch versteckt habt. Oh, äh. Es ist wirklich nichts Tolles. Wir können auch noch ein paar Fallen von mir sein. Fallen? In der Höhle ist ein Gas, das alle Arzneien neutralisiert. Ich wollte mich nicht mit Schwächlingen abgeben, die Medizin brauchen. Na super. Oh Mann. Was für eine Tyrannin. Was? Das ist reiner Selbstschutz. Aber ich muss zugeben, dass ich einem Besuch nicht abgeneigt wäre. Ja, ich auch nicht. Mich würde das auch interessieren. Gut, wir können uns hier nicht heilen. Mit Medizin, aber mit Zauber, oder? Zufallskampf? Sehr schön. In der Vergessenen Höhle gibt es Zufallskämpfe. Okay. Wer seid ihr denn? Ich habe erst Rote Weiber gelesen. Roter Wilber. Okay, ihr seid... Ah, hier gibt es Weiße auch. Es gibt Weiße und Rote. Okay. Ähm, Element. Feuer. Finsternis Nebel. Dunkelflamme. Lähmungsdorn. Ihr habt echt eine Menge. Da lohnt sich ja schon fast das Stehlen. Dass ich niemandem ausgerüstet habe. Doch, ihm habe ich es ausgerüstet. So, dann wollen wir mal. Du greifst dann mal den anderen an. Du, oh mein Gott, ich muss euch noch... Ich muss euch noch alle mit euren Fähigkeiten aktualisieren. Das habe ich noch nicht getan. Okay, ich glaube, Prisma ist hier ganz in Ordnung. Ganz okay. Jawoll. Oh, oh. Null TP. Null TP ist gut. Null TP ist toll. Ein TP, auch das ist toll. Oh, oh. Ja, das darf... Das darf ruhig so... Weitergehen. Ja, wir werden sogar um ein TP geheilt. Finde ich auch toll. Wir schützen uns gelegentlich. Finde ich auch gut. Stehlen, fehlgeschlagen. Dachte ich mir schon. Aber vielleicht bekommen wir alles, was sie da lassen. So, und Prisma müsste euch den Rest geben. Oder auch nicht. Okay. Ähm, ich glaube, wir können euch alle ganz normal angreifen. Bekommen wir so hin. Müssten wir so hinbekommen. So, du bist weg. Und der nächste... Okay. Ey, ich habe dreimal hintereinander ein Perfekt bekommen. Ich flippe aus. Ja, und weil ich es gesagt habe, bekommt sie kein Perfekt. Und sie auch nicht. War mein Fehler. Okay, die anderen können sich verteidigen. Game bekommt das hin. Sehr gut. Okay. Ich hätte gerne bitte alle Gegenstände, die ihr mit dabei hattet. Ja, okay. Das sind nicht alle, oder? Ewige Finsternis. Nein, das sind nicht alle gewesen. Wahnsinn. 2400 Gold. Okay. Ähm, gute Frage. Ich glaube, ich laufe erstmal nach rechts. Oh. Seht mal, anscheinend war noch jemand in dieser Höhle. Die Spuren sind ziemlich alt. Hier muss etwas Wertvolles versteckt sein, wenn jemand den ganzen Weg hierher gekommen ist. Jemand war heimlich in der vergessenen Höhle und hat dort einen Schatz versteckt. Ist das so? Ah, ich sehe ihn auch. Ich sehe ihn. Oh. Was ist das? Hat das vermutlich dieses Wasser? Wenn man das Wasser nennen kann. Okay, hier kommen wir nicht hoch. Hier kommen wir nur runter. Ähm. Ich muss sowieso noch alle Orte nochmal besuchen. Und alle Strecken erneut ablaufen. Wegen der Schatzbrille. Oh, nein. Nein, 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 nein. Ey, du bist ja mal richtig hässlich. Das ist also Anira? Vom Weißfeder-Clan? Du hast einen ziemlich gehobenen Geschmack, Seth. Fang nicht damit an, Jensen. Das ist nicht Anira. Oh. War das dann dein Haustier oder was? Warum gebe ich mich bloß mit euch ab? Na egal. Lasst uns hier etwas aufräumen, ja? Helft mir mal. Oh, nein. Nein, 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 nein. Und ich bin nicht im Menü gewesen. Ich habe nichts gemacht. Nichts habe ich gemacht. Äh, die Formation möchte ich so lassen. Oh mein Gott. Ich stürze jetzt hier in einen Bosskampf. Ist das dein Ernst? Kannst du uns bitte umbringen? Okay, vielleicht bekommen wir dich ja hin. Ich habe keine Ahnung. Oh, na super. Hi. Ja, seine Augen sind auf uns gerichtet. Okay, das geht noch. Keine Gegenstände. Okay. Achso, oben steht abgeworfene Gegenstände und oben die Gegenstände, die gestohlen werden können. Super. Ah ja, sehr schön, dass ich das jetzt erst sehe. Ja. Okay. Gut, ich würde sagen, wir greifen ihn ganz normal an. Und zaubern. Ja. Äh, zauber mal mit Kraft. Obwohl, komm. Zauber mit, zauber mit Kraft da. Ja, wenn, dann geben wir schon alles. Geistmagie, du darfst mit Spiel zaubern. Okay. Perfekt, sehr schön. Okay, das war jetzt nicht so prickelnd. Das auch nicht. Super. Was ist hier los? Warum so wenig? Zauber scheint hier effektiver zu sein. Komm, Spiel, enttäusch mich nicht. Nein, du hast mich nicht enttäuscht. Erdbeben. Super. Genau das hat uns gefehlt. Sehr schön. Okay, ich würde dann sagen, du greifst dann mit Zauber an Composite Magie. Really? Ja, das ist halt... Ach, Moment. Nein, 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 nein. Ich kann keine Gegenstände benutzen. Ich dachte, ich kann nur keine Heilmedizin benutzen. Kann jetzt nicht meine Erdbombe werfen. Super. Ich kann gar keine Gegenstände benutzen. Super. Richtig toll. Okay, ihr müsst dann, ähm... Obwohl du kannst, zaubern. Ja, okay, nein, dann greif lieber an. Davon haben wir mehr. Okay. Ich bin selber schuld. Ich wollte ins Menü gehen. Ich hab's gesagt und hab's nicht getan. Schwarze Magie. Gut, Kraft. Ja, okay. Setzen wir ein. Oh. Misserfolg. Super. Sowas fehlt mir noch. Sowas brauchen wir hier auch. Solange die Zauber nicht daneben gehen. 303. Ja, ist jetzt nicht so effektiv, aber besser wie gar nichts. Komm, Kame. So um die 500? Ah, daneben. Gestank. Oh nein, Zustandsveränderung. Ja, das dachte ich mir schon. Ja. Du erinnerst mich so ein bisschen an Morbol. Ne? Ein bisschen an Morbol erinnerst du mich. Wegen diesen ganzen Augen und mit diesem Gestank. Der Gestank war der Auslöser. Ja. Okay, was? Ja, angreifen. Angreifen ist schon richtig. Zaubern. Du zauberst nochmal mit Kraft da. Und du kannst dann mit Spiel. Vielleicht haben wir Glück. Vielleicht aber auch nicht. Aber ich mag Spiel an sich. Perfekt. Sehr schön. 258. Bitte nicht daneben, Set. Sehr gut. So, Ming. Kraft da. Nochmal so um die 900. Sehr gut. Game. Game. Ja. Dreifach Angriff. Ja, natürlich. Ja. Okay. Gehen nicht alle auf eine. Finde ich gut. Komm, so mit 1000, Sarah. Was sagst du? Ja. Genau davon spreche ich. Sehr gut. Okay, Leute. Es fehlt nicht mehr viel und dann haben wir ihn. Ich würde sagen, du darfst dann auch nochmal spielen. Das ist dann schon okay. Und aber dann danach muss ich unbedingt ins Menü. Ich muss auch nach den Fähigkeiten gucken. Ich weiß gar nichts mehr. Sehr gut, dass es sich davon. Ja. Auch wenn es nur 209 sind. Aber 209 sind besser als Miss Lunge. 957. Sehr schön. Komm, Game. Gib's ihm. Ja. So, Sarah. Auf dich kommt es jetzt an. Jawohl. Wir haben ihn. Oh, wir haben ihn nicht? Nein. Wir haben ihn nicht. Es fehlt noch 203. Ei. Ups. Okay. Ähm. Ja. Dann zaubert mal. Aber ich glaube, es wäre sinnvoller gewesen, wenn ich Verteidigen ausgewählt hätte. Daneben. Kommt er doch noch zum Angriff. Okay. Das reicht immer noch nicht. Jetzt aber. Danke, Ming. Dankeschön. Und weg mit ihm. Vielleicht ist das der Bruder von Morbol. Ich glaube, das ist eine Menge Geld. Höhlenwurm besiegt. Echt? Dafür gab es einen Erfolg? Oh, bin ich überlevelt? Das hier kam mir jetzt echt einfach vor. Okay. Was ich sagen wollte. Ja. Das ist bestimmt der Bruder von Morbol gewesen. Ich glaube, das ist eine tolle Videobeschreibung. Das sollte ich mir merken. Ming hat doppelte Erfahrung gelernt. Ja. Perfekt. Perfekt Timing. Oh. 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 Schwere Taumel und Schwerkraftring erlangt. Aniras Feder erlangt. Oh. Seth, das lege ich dir an. Das bekommst du. Aniras Feder. Luftabsorption. Sehr schön. Und? Wo ist diese Waffe? Nur für Seth. Das dachte ich mir schon. Einzigartiges Schwert. Das alles durchschneidet. Was es berührt. Sehr schön. Sehr schön. Sehr gut. Und diesen Ring, den behalten wir. Der ist nämlich, der ist, der ist gut. Der ist richtig gut. Okay. Ich werde jetzt noch zusammen mit euch die Fähigkeiten verknüpfen, wie es hier ausschaut. Seth, ich weiß gar nicht, was wir von dir lernen im Moment. Oder ob wir schon alles gelernt haben. Aber das kann ich auch hier sehen, ne? Doppelte Erfahrung. Ja. Dachte ich es mir doch. Dachte ich es mir doch. Ähm. Wandersiegel. Ne, die Sachen möchte ich jetzt noch nicht lernen. Komm, wir lernen sie und dann haben wir es hinter uns. Kostet nur 10. Okay. Fähigkeiten verknüpfen. Set. Ähm. Doppeltes Gold. Genau. Fähigkeiten verknüpfen. Du hast es eben gelernt. Max ist noch offen. Aber wir hatten Max aber nicht drin. Wir hatten Max nicht drin. Wir sind mit Max noch nicht so weit gewesen. Gut. Ähm. Magisches Siegel. Fähigkeiten verknüpfen. Set. Du hast Spott. Alles klar. Ich werde es nur trotzdem nochmal aus, um sicher zu gehen. Okay. Gut. Dann werde ich euch jetzt nochmal rausschneiden und werde hier nochmal mit den Fähigkeiten arbeiten. Obwohl. Moment mal. Das möchte ich euch nicht vorenthalten. Ähm. Gegenstände. Ich kann es nicht ausrüsten. Okay. Dann hat es erledigt. Ich wollte noch den Platzsamen benutzen, den wir noch haben. Aber okay. Das machen wir dann ein andern Mal, sobald wir aus der vergessenen Höhle draußen sind. Ich werde jetzt die Fähigkeiten nochmal ordnungsgemäß anpassen. Okay, Leute. Ich bin fertig. Ich bin fertig. Das hat auch ein bisschen lange gedauert, bis ich mich hier durchgewuselt habe. Und was mir jetzt aufgefallen ist, dass das hier jetzt vielleicht nicht so der perfekte Zeitpunkt war, das hier zu tun. Denn, weil ich habe ja alles komplett entfernt und alles nochmal neu ausgerüstet. Und beim Entfernen haben sie dann halt natürlich dann ihre dementsprechende TP dann bekommen. Und jetzt, wo ich das halt nochmal neu ausgerüstet habe, ist die TP nicht mitgewachsen. Das ist jetzt halt ein bisschen blöd gelaufen, aber das ist jetzt nicht zu ändern. Gut, ich könnte jetzt halt nochmal den Dungeon hier verlassen und mich dann hochheilen und im Schiff vielleicht übernachten oder so. Aber wird schon schief gehen. Ich lasse das so. Ich werde euch jetzt zeigen, was ich denen so an Fähigkeiten ausgerüstet habe und was ich noch an Ausrüstungen denen ausgerüstet habe. Und mir ist auch was aufgefallen. Ich kann keine Zubehörteile. Wir haben ja einmal, ich zeige es euch gleich, ähm, nein, ich bin hier falsch, ich bin hier falsch, Fähigkeiten came. So, dann zeige ich euch das mal eben. Hier haben wir doch die Fähigkeit zweimal Zubehörteile und wir haben diese Fähigkeit auch mit drei Zubehörteile. Ich bin davon ausgegangen, wenn ich beide ausrüste, dass ich dann fünf Zubehörteile habe. Dem ist aber nicht so. So, du hast dann nur drei. Dann dachte ich, okay, alles klar, dann nehmen wir das eine weg. Ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, warum hat Kame jetzt dann halt zwei Zubehörteile und nicht drei ausgerüstet? Ja, weil er das noch nicht gelernt hat. Deshalb hat er jetzt die zwei Zubehörteile ausgerüstet. So, was für mich Prioritäten hatte, war Platz drei und Platz fünf. Das ist klar. Konter, Feuerabsorption. Absorbiert Feuerelement Schaden. Dasselbe auch mit Wasser. Die kritische Heilung fand ich wichtig. Die ultimative Analyse. Jemand sollte das haben. Ich glaube, das hier kann ich aber, glaube ich, auch gerade wieder wegnehmen, merke ich gerade, weil wir Zed mitten in der Gruppe haben. Ich glaube, das sollte ich tun. Das hier nehmen wir dann stattdessen. Zweierlei habe ich mitgenommen, was hier jetzt in diesem Dungeon jetzt vielleicht jetzt nicht gerade so toll ist, weil wir keine Gegenstände benutzen können. Aber trotzdem finde ich das wichtig, dass er das hat. Ausweichen hoch. Maximale MP. Nee. Das hier ist aber falsch. Das hier ist falsch. Ich wollte nicht, dass er mehr MP hat. Für was denn? Das habe ich wohl mit TP verwechselt. Und hier unten habe ich TP. Gut, dann kann ich das hier auch gerade nochmal wegnehmen. Schön, dass ich das mit euch nochmal gerade durchgehe. Ähm. Dann benutzen wir... Mir waren die Elemente wichtig, dass er die absorbiert. Und, ähm, was nehmen wir dann? Antiblindheit. Gut. Damit er nicht blind wird. Okay, Autobarriere ist klar, Autoschild. Das sind auch so die zwei Fähigkeiten, die für mich hohe Priorität haben. Ähm, Ausweichen hoch. Genau. Drei-Kombo fand ich nützlich. Zwei Zubehörteile ist klar. Dann habe ich ihm auch natürlich dann auch die Zubehörteile ausgerüstet, von denen er profitiert, die er hier nicht mit angelegt hat. So, maximale TP hoch zwei, Angriffsverstärker eins und sanfter Regen. Teilt absorbierte TP oder MP beim Angriff mit allen Verbündeten. Dann dachte ich, okay, das ist doch nützlich, wenn ich ihm diese Fähigkeit hier ausrüste. Und hier, Feuerabsorption, Wasserabsorption und... Ah, Erde haben wir noch gar nicht, oder? Scheint nicht so. Ne, haben wir nicht. Ich muss das mal gerade überprüfen. Ich bin mir gerade ein bisschen unsicher. Ähm, Moment. Wo haben wir das denn? Ähm, nee. Das müsste da sein, wo viele Lücken sind. Das müsste dann ziemlich unten sein. Hier. Absorption. Genau. Ne, haben wir nicht. Wir haben nur Wasser und Feuer. Auf jeden Fall fand ich das wichtig. Denn ich gehe mal davon aus, dieser sanfte Regen teilt ja dann diese absorbierte Kraft mit den anderen. Und das fand ich sehr cool und nützlich. Ich habe ihm dann auch hier unten als Ausrüstung schwarze und weiße Magie Stufe 5 ausgerüstet und einmal die Geistmagie. Falls doch irgendwas schief laufen sollte und ich geheilt werden muss. So, so ähnlich ist das auch bei ihr. Platz 3 und 5. Zubehörteile, 3-Kombo, Konter und Autoschild. Zauberkonter. Jetzt frage ich mich gerade, wo die Autobarriere ist. Ähm, Angriffsabsorption, Krisenverteidigung plus. Krisenangriff plus. Magieverteidigung, Verstärkung 1. Dasselbe haben wir hier auch mit 2. Ausweichen hoch. Angriffsverstärker 1. Ah, hier ist die Autobarriere, alles klar. Und maximale TP hoch 2. Und maximale TP hoch 3. Ich hätte auch gerne hier noch maximale TP hoch 1 mit reingenommen. Aber ich hatte dann keinen Platz mehr. Weil ich wollte unbedingt, dass sie noch die Hartnäckigkeit mitnimmt. Weil diese Fähigkeit... Entschuldigung, ich bin gerade voll gegen mein Mikrofon gekommen. Denn diese Fähigkeit hat mir so oft den Hintern gerettet. Und hier haben wir noch einmal die Verteidigung, Verstärkung 1. So, bei ihr dasselbe. Platz plus 3, Platz plus 5. Antisiegel habe ich hier ausgerüstet. Das fand ich hier sehr wichtig, dass sie nicht irgendwann stumm ist und nicht zaubern kann. Den weißen Stab habe ich hier ausgerüstet, damit sie die Waffe von Cube benutzen kann. Zauberkonter. Maximale MP hoch 1. Magie, Verteidigung, Verstärkung 2. Das haben wir dann auch mit 1. Maximale MP hoch 2. Autoschild, Autobarriere, mentale Stärke. Zauberzeitreduzierung 1 und 2. Ich bin mir hier unsicher. Wenn ich jetzt hier 1 wegnehme, ob 2 das dann übernimmt mit 1 und 2. Da das hier aber nicht mit dabei steht, habe ich jetzt sicherheitshalber einfach mal 1 und 2 mit reingenommen. Zubehörteile 3. Doppelkonter fand ich in Ordnung. Schwarze und weiße Magie Stufe 6. Verteidigung, Verstärkung und Composite Magie Stufe 3. Genau. So, und auch bei ihr hatte ich zu wenig 3 Slots. Deshalb habe ich ihr dann auch noch die maximale TP hoch 1 mit auf den Weg gegeben. So, Sarah, Platz 5 und Platz 3. Autoschild, Autobarriere, Zauberkonter, mentale Stärke, Zauberzeitreduzierung 2. Wo ist 1? Maximale TP hoch 3, Composite Magie 3, Magieverteidigung, Verstärkung 1 und hier die 2. Geistmagie Stufe 7, Zauberzeitreduzierung 1. Hier ist sie. Okay, Erholung und Allzeitbereit, auf, das hatte alles, das hat alles einen Sinn. So, Zauberzeitreduzierung 1, Erholung, Allzeitbereit, Schutzheilung. So, das sind alles Fähigkeiten, die eintreffen, sobald Verteidigen eingesetzt wird. Und ich benutze sehr oft mit ihr Verteidigen. Deshalb dachte ich, okay, weil ich das sehr oft mit ihr durchführe, dieses Verteidigen, dachte ich mir, okay, ich werde das hier einsetzen. Und hier haben wir dann auch nochmal zwei Zubehörteile, die sie auch noch nicht gelernt hat. Schwarze Magie Stufe 6 und 5 habe ich ihr ausgerüstet. Ja, ich weiß, ich sehe es, aber sie hat es halt beides nicht gelernt. Und weil ich das gerne vervollständigen möchte, möchte ich auch, dass sie das lernt. Und der Grund, warum sie das nicht gelernt hat, ist, weil Kyuk diese Rüstung die ganze Zeit angelegt hatte. Genau, ich habe jetzt auch bei denen, die nicht mit uns jetzt unterwegs sind, denen habe ich auch alles entfernt, damit ich dann auch wirklich alles von denen lerne. Okay, gut, ich werde euch hier unten noch die Zeit einblenden. Ich glaube, das habe ich aber schon gesagt. Falls für diejenigen, die das nicht interessiert, damit die das überspringen können. Aber ich merke jetzt gerade schon wieder selber, dass es jetzt total unnötig ist, wenn ich das hier jetzt an dieser Stelle einblende. Weil dann ist ja schon alles gegessen. Okay, gut, wir machen weiter. Ähm, ich hätte jetzt... Sind unsere Schritte so laut? Okay, obviously. Das hier scheint auch der richtige Weg zu sein. Ich möchte dann jetzt doch nochmal zurücklaufen. Und möchte zurücklaufen. Ja, ich möchte nochmal hier runter. Genau, ich möchte nochmal zurück zum Anfang. Sehr schön. Nächste neue Gegner. Nächste neue Gegner. Genau, wie tolles Deutsch und so. Ähm, neue Gegner. Sind es neue Gegner? Wir werden es gleich sehen. Und oh my god! Stinkst du? Erde. Muderdrache. Okay. Drachenstupe. Fäulnispartikel. Nice. Nebenprodukt X. Okay, aber die Fäulnis... Die Fäulnispartikel und die Drachenschuppe, die droppt er auch. Also die muss ich nicht stehlen. Okay. Gut. Wir greifen an. Element Erde. Alles klar. Dann dürft ihr jetzt mal angreifen, meine Lieben. Zeigt, was ihr könnt. Fähigkeiten habe ich ihr keine ausgerüstet. Genau. Geistmagie hat sie nicht. Vorerst. Vorerst hat sie die nicht. Das kommt noch. Das hat sie jetzt nicht, weil sie gerade andere Ringe drauf hat. Welche Ringe hast du nochmal drauf? Ich weiß es nicht. Ich weiß überhaupt. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe es vergessen. Leute, es tut mir leid. Ähm, Erde. Mit Erde. Dann arbeiten wir mit... Mit Erde. Mit Wasser? Nein. Nein. Nicht mit Wasser. Wir arbeiten mit Luft. Luft da. Du zauberst dann bitte auch mit... Luft da. Genau. Okay. Dann wollen wir mal. Perfekt. Sehr schön. Okay. Wir teilen hier ein bisschen wenig Schaden aus. Sehr schön. Außer Kame natürlich. Kame haut direkt drauf. Sehr gut. 1.592. Das ist gut gewesen. Und auch das ist gut. Sehr gut gemacht, Sarah. Ich bin sehr stolz auf euch. Das habt ihr super gemacht. Jawohl. Geschafft. Keine... Keine Gegenstände. Keine Gegenstände. Warum hast du keine Gegenstände gedroppt? Das ist nicht nett. Sarah hat Spott erlernt. Sehr gut, Sarah. Dann kannst du jetzt direkt das nächste lernen. Ähm... Fähigkeiten. Sarah. Ähm... Fähigkeiten verknüpfen. Set. Und... Magisches Siegel. Bitteschön. Das darf jetzt gelernt werden. So. Ich wollte zurücklaufen. Oh mein Gott. Ich glaube, ich muss hier raus. Ich glaube, dieses Wasser hier ist nicht so toll, oder? Ja. Dachte ich es mir doch. Raus. Ich dachte... Und ich laufe trotzdem rein, ne? Weil ich es unbedingt sehen wollte. Ich musste unbedingt sicher gehen. Deshalb musste ich reinlaufen. So. Nochmal raus, bitte. Ich hatte hier noch einen Weg. Ist das hier jetzt eine Sackgasse? Nein. Ich muss hier rüber laufen. Ja. Ich weiß. Nicht so toll. Wir müssen aber kurz hier rüber. Okay. Ich möchte hier hin. Ich komme nicht hier hoch. Okay. Ich kann nur hier runter. Alles klar. Super. Ganz toll. Ja. Wir verlieren jetzt noch mehr TP. Als wir eh schon verloren hatten. Mal's her damit. Okay. Rechts haben wir eine Sackgasse. Hier ist auch der Schatz. Das ist gut. Ah, super. Natürlich. Natürlich muss der Schatz hier sein. Aber der ist jetzt nicht im Wasser, oder? Sag mir nur, dass du auf der anderen Seite liegst. Gut. Und das tut er. Okay. Was haben wir? Engelsschutz erlangt. Engelsschutz. Engelsschutz. Okay. Ähm. Ausrüsten. Engelsschutz. 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 Okay. Das scheint wohl eine Rüstung zu sein für eine bestimmte Person. Okay. Okay. Engelsglücksbringer. Der vor allen negativen Effekten schützt. Fähigkeiten. Spezialzubehör zum Ausrüsten nötig. Alles klar. Ich verstehe. Okay. Gut. Das habe ich aber auch niemandem ausgerüstet. Nee. Okay. Gut. Ich habe es im Hinterkopf. Ich hoffe, ich werde es mir später aufschreiben. Ja, ich weiß. Wir verlieren hier mehr TP als alles andere. Okay. Da möchten wir jetzt mal hier lang. Oh Gott. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es hier noch einen Boss geben wird. Das eben war nur zum Warmwerden. So. Fünfmal Todespulver erlangt. Ja. Auch das steht hier auf meinem schlauen Zettel. Und zwar haben wir schon Todespulver. Moment. Ich bin gerade ein bisschen... Hier. Todespulver. Ich habe es. Todespulver-Komponent. Den Ring, der dann daraus entsteht. Also, wofür wir diesen Komponent brauchen. Dieser Ring bekommt Zett. Ich hatte das damals in der Aufnahme versprochen. Ich weiß nur nicht mehr, warum ich das versprochen hatte. Achso, weil er was repariert hatte. Deswegen hatten wir das bekommen. Und deswegen bekommt er dann auch diesen Ring, der dann zustande kommt. So. Wir werden dich nochmal bekämpfen. Ich werde euch nochmal... Also, noch hier drin lassen. Wir machen das genau nochmal so wie eben. Und dann müsste er auch hinüber sein. Wollen wir es hoffen. Ich habe dir doch die tolle Waffe ausgerüstet, oder Seth? Ich glaube, ja. Bin mir nicht mehr ganz sicher. Wir sollten das gleich nochmal überprüfen. Ich bin leicht senil. Heute. Ich kann mir nichts behalten. Ich weiß, das ist nicht nur heute so. Das kommt öfter vor, aber... Heute. Ich kann auch nicht die Ausrede verwenden, dass es früh am Morgen ist. Nebenprodukt X. Wow. Wir haben es geschafft. Wir haben ein Komponent von ihm bekommen. Er hat ein Komponent fallen lassen. So. Ausrüsten. Seth. Nein, das ist richtig. Das ist die richtige Waffe. Alles klar. Alles in Ordnung. Okay. So. Dann sind wir hier fertig. Gut, dass ich nochmal zurückgegangen bin. Dann können wir jetzt dann den richtigen Weg entlanglaufen. Hier kam ich auch nicht hoch an dieser Stelle. Da kann ich auch nur runterrutschen. Dann muss ich später aufpassen, wenn ich hier oben bin, dass ich nirgendwo runterrutsche und nochmal alles erneut ablaufen kann. Nicht dort gewesen. Moment mal. Ich muss nochmal zurück. Ich zweifle gerade an mir. selbst. Ups, ups. Was mache ich hier? Ähm. Nein. Ich muss hier lang. Ich bin hier nämlich nicht gewesen. Richtig. Dankeschön. Danke fürs Gespräch. Wir sind hier nicht gewesen. Ich dachte doch gerade hier, als ich auf die Karte geschaut habe, da ist doch so ein kleiner... Und? 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 Dreimal alte Statue erlangt. Okay. Auch die haben wir. So, ich muss uns heilen, Leute. Ähm. Und heilen darf uns Kaym. Das reicht auch. Wir wollen hier nicht mit der Heilung übertreiben, ne? Und warum macht Kaym das? Weil Kaym keine MP braucht. Außer wenn er dreimal Kombo einsetzen möchte. Aber das wird so schnell nicht passieren, dass er das einsetzt. Hoffe ich zumindest. Das sind so Fähigkeiten, die setze ich glaube ich auch nur bei Bosskämpfen ein. Ähm. Ja. Das hier ist der richtige Weg. Ich habe gerade schon wieder an mir gezweifelt. Ja. Wir kommen hier hoch. Genau. Hier sind wir eben gewesen. Hier haben wir eben den Bruder von Morbol angetroffen. Das wird für mich jetzt einfach immer der Bruder von Morbol sein. Okay. Ich kann hier rüberspringen, vermute ich mal. Ja. Tatsächlich, ich kann rüberspringen. Yeah. Sehr gut. Und was haben wir hier? Illegales TNT erlangt. So, haben wir auch schon welche. Was mich jetzt halt noch reizen würde, wäre... Kann ich das irgendwie unterscheiden? Kann ich die Kisten unterscheiden, dass ich jetzt sehe, okay... Diese Kiste hätte ich jetzt nur gefunden, weil ich die Schatzbrille besitze. Das würde mich echt interessieren. Ich kann hier runterrutschen. Oh nein. Ich wollte eigentlich nochmal zurücklaufen. Ja. Ne? Ich habe es eben gesagt. Da muss ich aufpassen. Ach, das ist hier die Stelle. Okay. Gut. Alles klar. Ähm. Ich schneide euch raus. Gut. Hier sind wir wieder. Ich habe auch zwei Kämpfe auf dem Weg hierhin bestritten. Und zwar waren das auch nochmal diese, ähm... Diese Quallen, nenne ich sie jetzt einfach mal. Ich habe gar nicht drauf geachtet, wie sie heißen. Oh mein Gott. Ich bin so schlecht. Auf jeden Fall hat Kay Ming und Sarah magisches Siegel erlernt. Und Seth und Sarah haben Stufe 53 erreicht. So. Fähigkeiten. Ähm. Kay Ming und Sarah hatte ich gesagt. Fähigkeiten verknüpfen. Seth. Kontersiegel. So. Ähm. Hier haben wir ihn. Du. Nein, du nicht. Was bist du denn an Lernen eigentlich? Ach so, doppeltes Gold. Okay. Alles klar. So. Seth. Du lernst dann bitte zweierlei. Und du, meine Liebe. Du lernst auch Kontersiegel. Okay. Gut. Dann können wir endlich weiterziehen. Wir können endlich weiterziehen. Ich kann euch auch gar nicht sagen, wie lange diese Folge jetzt sein wird. Also ich bin jetzt gut bei über einer Stunde. Aber ich war halt wirklich so lange im Menü gewesen. Wegen den Fähigkeiten. Gut. Hier liegt nichts. Ne? Diese Kiste haben wir eben aufgesammelt. Da unten die Kiste haben wir auch. Also spätestens hier wäre ich dann nochmal zurückgelaufen. Das ist nicht dein Ernst. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Ihr wollt mich quälen, oder? Echt jetzt? Warum habe ich dich nicht gesehen, als ich eben unten war? Oh, Mann. Ey. Das darf nicht wahr sein, oder? Oh, Leute. Es tut mir so leid. Aber Moment mal. Ich kann ja hier meine tolle Abkürzung nehmen. Ich meine, ich habe die erst eben benutzt und habe euch rausgeschnitten und so, weil ich euch das Ganze ersparen wollte. Aber hey. So. Nein. Nein. Ich möchte, ich möchte, ich möchte hier raus. Schnell, bitte. Danke. Um das Ganze zu ersparen, werden wir hier rüber laufen. Ja. Genau. Super. Ganz toll, oder? Tut mir so leid, Leute. Zweimal die Feenwiege erlangt. Ja, super. Und ein Zufallskampf. Und wen haben wir hier? Wer greift uns an? Gibt es nur diese zwei Gegner hier? Gibt es nur die Quallen und diesen hier? Wie war dein Name nochmal? Moderdrache. Stimmt. Stimmt. So war dein Name. Okay. Element Erde bist du, ne? Dann arbeiten wir. Ich würde sagen, Luft reicht. Ich würde sagen, Luft reicht, oder? Ich hoffe es. Perfekt. Sehr schön, Seth. Sehr schön. Und fast die 1000 erreicht. Das ist perfekt. Jawohl. Und dich noch dabei geheilt. Genau so muss das sein. Genau so stelle ich mir das vor. So, und dann dürft ihr hier noch ein bisschen den Tornado schwingen. Komm, wenn ihr noch so die 500 erreicht, bin ich glücklich. Oh, er lebt noch. Find ich jetzt nicht so toll. Äh. Ha! Daneben! Hab ich ein Glück. Okay, ihr dürft angreifen. Und die anderen dürfen sich dann verteidigen. Und sieh an. Meine Damen heilen sich. Oh, sehr schön. Gut gemacht, Seth. Sehr toll. Oh, ich liebe diese Gruppe einfach. Nein, du bist nicht zu alt. Das ist alles schon in Ordnung, so Seth. Du bist richtig toll. Drachenschuppe erhalten. 2000 Gold. Super. Wir verdienen hier auch noch richtig Kohle noch nebenbei. Gefällt mir richtig gut. So. Ähm. Ich kann ja sprinten. Ich vergesse das immer. Das ist, weil ich parallel halt noch Final Fantasy 13 spiele. Und seltsamerweise wünsche ich mir da immer, dass Lightning da sprintet. Und ich schimpfe jedes Mal mit ihr und sage dann auch jedes Mal, vielleicht sollte sie doch mal zu Kame. Ich glaube, ich bin hier ein bisschen zu weit gelaufen. Vielleicht sollte sie doch mal zu Kame. Ja, genau. Und Kame fragen, ob er ihr nicht einfach mal so einen Sprintunterricht geben möchte. Und jetzt, wo ich Lost Odyssey spiele, sprinte ich dann nicht, ne? Aha. Okay. So. Beide Kisten sind geöffnet. Wir können weitergehen. Oh mein Gott. Ich dachte, ich würde hier runterfallen. Aber schön, dass ich den Schatz auch noch mitgenommen habe. Und hier ist auch eine weitere Schatzkiste. Ich finde das so toll. Kisten, Kisten, Kisten. Ruinenmaske erlangt. Hört mir auf. Hört mir auf. Jetzt, wo ich es lese, fällt es mir auch wieder ein, ne? Ich habe mir auch aufgeschrieben, wo ich mit der Maske hin muss. Also auch nochmal vielen, vielen Dank für diesen tollen Hinweis. Ich bin da, ich dachte wirklich, ich war wirklich der festen Überzeugung, dass ich in die, äh, in die Rumine, auch in die Rumine, genau, in die Ruinen muss. Und, ne, da musste ich nicht hin. In die Ruinen des östlichen Stammes, so hieß es. Dass ich da hin muss, aber da muss ich nicht hin. Gut, und das hier war nochmal unser Kumpel-Element Erde. Also es scheint wirklich nur diese zwei Arten von Gegner hier zu geben. Cam hat Stufe 54 erreicht. Auch das ist toll. Sarah hat schwarze und weiße Magie Stufe 5 erlernt. Sehr gut. Dann kann ich dir endlich was Neues ausrüsten. Wovon du dann auch mehr profitierst. Ähm, Sarah war das, ne? Ja. Genau. So. Ähm, Stufe 5. Genau, das kann ich dir abnehmen. Stufe 6 behältst du, sobald du es gelernt hast. Weil das habe ich in deiner Fähigkeiten nicht mit dabei. Okay. Ähm, was könnte ich dir jetzt denn noch hier geben? Verteidigung. Genau. Das ist doch gut. Dann bekommst du das hier. Okay. Sehr schön. Und weiter. Was? Echt jetzt hier? Geht's gar nicht weiter? Das ist ein Scherz. Sind wir hier fertig, oder was? Ähm, Moment. Wie ging das nochmal? Mit der Karte? Okay, vielleicht scheint hier nicht zu funktionieren. Okay. Dann sind wir hier fertig. Ach, hei. Okay. Der Ort ist aber jetzt nicht optional gewesen, oder? Nein, ist er nicht. Kann er ja nicht. Wurde ja... Er war ja markiert. Okay. Cool. Dann sind wir hier fertig. Alles klar. Schade. Schade. Hat mir echt eigentlich gut gefallen hier. Ähm. Gut. Schade. Dann lassen wir uns einfach in der nächsten Folge überraschen, was da so auf uns zukommen wird. Ich werde dann an dieser Stelle auch den Part beenden. Und ja, ich bedanke mich für's einschalten. Und ja, ich bedanke mich für's Einschalten. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss. 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 Vielen Dank.